Hinter der Talentschmiede versteckt sich folgendes. Wir möchten mit dem Programm gewerblichen Kollegen, aber auch kaufmännischen Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeit geben, sich auf eine fachliche Führungsaufgabe zu entwickeln. Wir bei Hermes Fulfillment sind davon überzeugt, dass wir eine Vielzahl von Mitarbeitern beschäftigt haben, die das Potenzial haben für eine Entwicklung auf eine erste Führungsaufgabe und insofern haben wir das Programm ins Leben gerufen. Wir glauben auch, mit dem Programm Hemmungen abbauen zu können bei den Kollegen, weil wir halt auch die Erfahrung gemacht haben, dass sich viele Kollegen einfach nicht trauen sich zu bewerben, weil sie glauben, dass sie das Handwerkszeug für eine fachliche Führungsaufgabe noch nicht mitbringen. Ja und da wollen wir Hemmungen abbauen und die Kollegen motivieren, sich auf den Weg zu machen, sich auch eine fachliche Führungsaufgabe zu bewerben. Also im Grunde genommen geht es darum, wie auch gerade schon gesagt, wir wollen die Kollegen motivieren und qualifizieren, sich auf eine fachliche Führungsebene zu entwickeln. Wir wollen unsere internen Vakanzen mit unseren eigenen Kollegen besetzen. Wir sind hier an einem Standort, an dem wir uns befinden, in einem Ballungsgebiet umgeben von einer Vielzahl von logistischen Unternehmen, was einfach auch damit zusammenhängt durch unsere sehr gute Anbindung hier an die A2 und an die A14. Das bedeutet, dass wir natürlich hier auch mit anderen Unternehmen im Wettbewerb stehen, qualifizierte Kräfte am Markt zu gewinnen. Und das ist halt auch ein Grund, weswegen wir sagen, wir wollen und wir müssen unsere eigenen Kollegen qualifizieren, um unsere fachlichen Führungspositionen oder auch perspektivisch-disziplinarischen Führungspositionen aus eigenen Reihen zu besetzen. Ja, natürlich. Also das war uns von Anfang an sehr wichtig, dass nicht die Personalabteilung, der ich hier angehöre, das Konzept entwickle, sondern dass auch Kollegen aus der Operativen dabei sind. Insbesondere haben wir fachliche Führungskräfte eingeladen aus verschiedensten Fachbereichen, die halt die Rolle heute ausüben, also in der Funktion auch tätig sind, die natürlich dann auch ganz besonderen Input liefern konnten, worauf kommt es denn eigentlich an in der Funktion? Also welche Module machen denn überhaupt Sinn? Welche Hospitationen in den Fachbereichen machen denn auch Sinn? Weil nur dann kann das Konzept auch erfolgreich sein, wenn wir die Kollegen auch aus dem operativen Bereich beteiligen, also quasi von Mitarbeitern für Mitarbeiter gestaltet. Die Weiterbildung dauert im Ganzen sechs Monate. In den sechs Monaten verschafft man sich einen Eindruck über die Position der fachlichen Führungskraft und deren Aufgabe. Bei uns im Lagerbereich nennt sich dies, das ist die Assistenzfunktion und bei der Betriebstechnik ist es der Ersthandwerker. Die Schulung ist für jeden gewerblichen und auch kaufmännischen Kollegen geeignet, der Lust hat, seinen Horizont zu erweitern, sich weiterzuentwickeln, um dann die Rolle der fachlichen Führungskraft zu übernehmen. Die Talente der Talentschmiede haben die Vorteile, dass sie einen Einblick auf das Alltagsgeschehen der fachlichen Führungskraft bekommen und die konkreten Aufgaben auch kennenlernen. Dass sie ein Verständnis entwickeln können für das Tagesgeschäft, um auch besser die Zusammenhänge zu verstehen und was man halt auch den Mitarbeitern vermitteln möchte. Ja, die Talente haben einen festen Ansprechpartner. Das ist der sogenannte Pate. Der Pate ist eine fachliche Führungskraft und er ist Ansprechpartner für die kompletten sechs Monate für das Talent. Bei der Schulung kommt besonders gut an, das sind in meinen die Workshops, die sehr informativ sind, sowohl praktisch wie auch theoretisch. Man lernt vieles neu kennen, auch über sich selbst. Was weiß ich noch nicht so über mich? Wo müsste ich meine Komfortzone noch verlassen? Oder was kann ich vielleicht schon besonders gut? Man lernt viele neue Leute kennen, neue Erkenntnisse, die man vielleicht auch später dann anwenden kann, was ich auch sehr schön finde. Und ich bin auch ganz, ganz stolz darauf, ein Teil von der Talentschmiede zu sein und ich entgegne denen auch mit viel Neugier. Und ich stelle mich der Herausforderung und ich bin wirklich froh, da ein Teil zu sein. Definitiv, ich würde das weiterempfehlen, auf alle Fälle. Also wie gesagt, man lernt so viel dazu und man lernt so viel über sich selbst auch, dass man halt auch nur über den Schatten springen muss, um weiterzukommen. Und ich finde das so schön, das Projekt. Also ich würde das jedem weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.